Der Freistoß beschenkt Van der Vaart in seinem letzten Spiel für den ASV. Es wird nicht die letzte Aktion in diesem Spiel sein, denn es gibt vier Minuten obendrauf. Bei Diaz macht's. Diaz, Tor! Die rasten da jetzt völlig aus. Marcelo Diaz mit dem perfekten Freistoß. Das ist unerreichbar für Orlisshausen in der 90. Van der Vaart steht da und guckt zu. Und Diaz bringt den ASV in die Verlängerung. Und Manuel Gräfer hat, und da müssen wir erstmal sortieren, noch die ein oder andere gelbe Karte verteilt. Diaz, im Moment wo der Ball den Fuß verlässt, muss er, das Ding ist drin. 1 zu 1 im Windpark. 2 zu 1 im Windpark. 2 zu 1 im Windpark. 2 zu 1 im Windpark. 5 zu 1 im Windpark.